Weiter geht's bei Bioshock 1. Diesmal nicht in Arcadia, sondern in Fort Frolic. Diesmal sind wir woanders angekommen. Na endlich, wurde ja auch Zeit, ne? Sozusagen. Wie ist man das, was uns jetzt erwartet? Oh Mann. Gespannt wie ein Flitzebogen. Das meinte ich ehrlich. Ja, ist ja gut. Stimmt ja, da war ja noch irgendwo eine. Die da... Naja, wir wechseln erstmal hier zum Rohrschlag. Suchen uns die. Die Frage ist, wo ist die gute Dame? Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Munde. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht an dir konzentrieren kann. Aha. Okay. Wir sollen also ein Teil seines Meisterstücks werden. Ja, ob das gut ist, weiß ich nicht. Und vor allem, was ist sein Meisterstück? Hört ihr es auch pfeifen? Ich glaube, wir sollen hier runter. Siehst du es? Wenn ich zu staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrischon, mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Berühre es. Was soll ich berühren? Das hier? Ja, das ist Fins Patrick. Von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, Kleinmotte. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrischon unsterblich. Geh. Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Ha? Na, Armbrust. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich die anderen ja auch noch aktivieren? Nee, ein nach dem anderen, ne? Gut. Und wo ist dieser... Sind die Gegner? Hier konnte man vorher nicht weiter, ne? Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Kleine Motte. Poseidon? Ich höre mir gerade das mal so ein bisschen im Hintergrund an. Wo ist denn der Poseidon Plaza? Ich würde vorschlagen, wir gucken hier mal, ne? Töte Silas Ob. Töte Martin Finnegan. Und... Töte Hector Rodriguez. Okay. Hm. Unterraum. Warte mal. Wir müssen hier mal weiter wegsuchen. Genau. Cocktail... Untere Tauchkugel. Oh Gott. Diese Karten finde ich total unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn das? Ist das hier? Nee. Poseidon Plaza, da. Denk mal, hier ist Feuer gut, oder? Ich kann deinen Atem sehen. Echt? Der Eismann kommt? Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner! Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kanin in Panik ausgebrochen. Ich hab einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, hab ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte rauskattst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Sander Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Das ist ja eklig. Und ich glaub, das wird lustig. So, na, kleiner Mann. So, komm her. Kann ich hier hoch irgendwie? Nee, ne? Nee. Muss hier schon lang. Sauber. So scheint das auch zu funktionieren. Sind nur Spiders. Scheiße. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Und jetzt? Boah, ist doch jetzt gerade so ein bisschen gut, oder? Feuer. Feuer. Vielleicht hätten wir die noch gebraucht, aber... Pff. Wie nennst du mich? Na, komm her. Feuer tut dir mal gut, alter Mann. Na, komm her. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Oh Gott, der Typ ist ja auch krank. Also wie Andrew Ryan. Okay, hier haben wir was gekriegt. Wir haben ihn fotografiert. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Sofort der gnädige Herr. Ja, ich muss hier erst mal... Moment. Moment. Ich muss hier erst mal nachladen, ne? Und zwar... Da, Pistolen. Ich muss hier auch erst mal alles aufsammeln, was wir hier haben. Noch eine Armbrust. Weil wir so viel haben hier nicht mehr. Und wir brauchen alles, was wir momentan kriegen können. Also von daher... Bitte lasst mich noch vorher alles einsammeln und hier überprüfen, ob hier zum Beispiel das noch geschmolzen werden kann. Und da was ist? Nee, in dem Fall nicht. Aber wir haben eh genug Eve noch. Und auch sieben Stück haben wir noch. Im Gegensatz zur Munition. Äh, zur Halk... Äh, Kalkästen. Deswegen gucke ich hier gerne noch mal rein. Und da der Typ hier tot ist, denke ich mal, wird hier uns erst mal nichts mehr passieren. Gehe ich mal stark davon aus. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist eine Kiste mit Granaten. Da ist aber nichts drin. Okay, ich würde sagen, hier gehen wir durch. Der Fall zeigt zwar dahin, aber hier waren wir noch nicht. aber hier waren wir noch nicht drin. Aber hier waren wir noch nicht. Wo ist das drin? Die Leute sind loszert. Da ist doch erstmal ein Schecken. Oh, wollte ich gar nicht mit der, aber naja. Ist doch schon mal passiert. Ich treffe auch gar nichts heute, oder? Kann das sein? Ich brauche unbedingt wieder neue Materialien. Ist ja kalt. Ich würde mal sagen, der ist ne tausend Stück jetzt, hat erbert. Gut. Wollten wir uns hier nochmal umgucken? Können wir Dings kaufen? Brauchen wir aber nicht. Wir würden eher... ...gefallen haben an... ...Ausrüstung... ...ä, an Heilkästen und so. Ah, genau, da zum Beispiel. Aber pass mal auf, wir haben nicht mehr so viel Geld. Wir hacken das Teil mal. Ach, komm, hier, scheiß drauf. Ist gehackt und dann... ...da ein paar kaufen. Pass auf, wir kaufen da mal sieben. Davon aus sieben und dann reicht das erstmal wieder. Na, Big Daddy. Beschützt deine Little Sister. ...zufällig. Sollte wohl aus dem Weg gehen, damit du dein Geschäft da machen kannst, ne? Und dann nehmen wir den normalen Schrot. Den anderen können wir ja alles erstmal aufheben. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder das Wärme suchen. Da wir jetzt wissen, dass wir den nicht besiegen müssen, den Kerl, sondern... ...noch zwei andere, brauchen wir das auch erstmal. Mit Polzen, mit Stahlspitzen. Bestimmt. Nice. Das ist... Leute, das ist hier so verwinkelt alles. Muss ich hier... Danke, dass du hier mit dem Licht mitgehst. Dann kann ich nämlich hier gucken, was hier Sache ist. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Wollen wir denn so eine Maschine? Das sind Parasiten. Wollen wir denn so eine Maschine, die das ausschaltet? Das sind nicht aufhört. Brenn nicht so! Nein, 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 nein! Ich mag's nicht, wenn du... Ach, hier ist aufgegangen gerade. Okay. Ah, die werden gerade bekämpft. Das ist cool. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Mist, ich hab's auch eben nicht gelernt, ne? Aus meinem Kampf. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Ja, kämpft mal miteinander. Dann zieht man das immer rum. Vandalen sind Parasiten. Spielautomaten. Ich brauch so ein Teil. Wo wir... Wir sind im Zirkus der Werte. Wo wir so ein Alarm... Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir sehen, wie hier unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Arsgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war! Kann das sein, ich schräg hier irgendwie auch zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in der VW. Kann das sein, dass das hier alles recht verwinkelt wieder ist? Mag ich nicht wirklich so, aber nee. Läuft denn da lang? Hm. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Haben wir hier alles eingesammelt? Wir haben es ja schließlich kaputt gemacht. Ah, seht ihr? Da ist so eine Kamera. Da ist sehr aktiv, war's. Ihr lernt es auch nicht dazu, oder? Ich aber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir machen erstmal eine EVE-Spritze. Dann heilen wir uns und dann geht's weiter. Hat sich zwar nicht gelohnt wirklich, aber naja. Muss auch mal sein, ne? So, hier haben wir... Verbandskästen und ein Safe. Den Safe hacken wir mal. Mal gucken, das geht wieder recht schnell. Da müssen wir uns sicherlich wieder beeilen. Wie ihr seht. Okay, dann müssen wir... Äh, einmal nach da. So ein. Einmal nach unten. Ja, ist doch schon fertig. Reicht doch. Passt. Fallenbolzen, Explosionsschrot und 14 MG-Patronen. Besser als nix. Ist... Hat sich also gelohnt. Nehmen wir noch an Fontaines Armee. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spielen Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Oh, das ging diesmal kurz und bündig. Gefällt mir. Kann man hier die kaputt machen. Man sieht ja hier auch nichts, ne? Ne, kann man nicht. Okay, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, was wir hier alles noch machen müssen. Ich finde das ein bisschen blöd, dass das wieder alles so verschachtelt ist, wo man überall hingehen kann. Aber sonst werden die Level auch zu klein, muss man sagen. Und man hat so ein bisschen Freiheit, wo man gucken kann, ne? Also, wir sehen uns dann.